Wir haben hier die Zahnbeißen, da wird ein großer, nasser Dach. Von einem Monat wird aber nicht mehr freundlich gehen. Guten Abend bei der Meteor. Temperaturen sind bis auf 20,5 Grad geklappt, zu Wasserbülle und 20 Grad zu Misch. Wir haben gesehen, dass die Kalfront in den letzten Stunden über England gezwungen ist. Und wie viel Blutzebüsch wird, dass wir Wollecken auch noch schauern mitbringen. Wir gucken uns jetzt mal mehr im Detail an. Und dann sehen wir, dass schon die Echtwollecken an das Land heran. Der Neuerst Himmel dann zaut. Das aber noch drücken. Temperaturen gehen hoch auf 11 Grad zu Kunstdorf, 11 Grad auch zu Attelbreck und 12 Grad zum Beispiel zu Schengen. Möde, morgen starten wir dann im Norden vom Land schon mal schauern an den Dach heran. Der Neu verbreden sich noch am ganzen Land, sodass es nur mit dem wirklich nass an Großführer gut wird. Am ganzen können ungefähr 10 Liter rein den Meterkarrie herauffallen. Temperaturen, die leiden dann definitiv mit Kiel im Bereich, 11 Grad maximal zu Schengen, 10 Grad an der Stadt an 7 Grad zu 11. Der Wind, den das schwere Neuer bringt, maximal 20 Kilometer an der Stunnenmatt. Der Neufang von Neuerwoch, also aber nicht mehr freundlich. Da lassen wir uns immer mit dem Auffluss von einem Heistruckgebiet. Der Meiden erwärte also Wiesel aus Sonnen an Wollecken bei maximal 10 Grad. In Dünsten streift das in Dief. Das bringt dann Partie Wolleckenmatt. Das aber drücken bei maximal 8 Grad. Möde, Mittwoch an den Donnerstück geht mit dem Mix aus Sonnen an Wollecken. Vierrunden.